herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier im wunderschönen alpen vorland und ja ihr seht ich habe es vorgewendet noch gemacht hat jetzt fertig und wie gesagt wir mal schauen den tag war halt anschauen fahren und ja das werden wir gleich so machen mit dem gruber gleich anfängt ist ja im prinzip egal weil heimfahren werden wir heute eh noch nicht mit ihm oder vielleicht später mal schauen ich weiß ja noch nicht einmal ob ich ihn überhaupt brauche ich muss schon sagen so war so noch ein feind wäre schon schön aber ja es kostet halt auch geld und dann wenn wieder irgendwas kaputt ist den herrichten als wir uns da woher stellen als ja ja wir die moment unser er ist unser größter schlepper am hohen und er hat er zieht halt ne er macht die ganze arbeit schon er hat gesagt der traktor steht jeder heraßen wo da steht ja ist schon schöner und es hat noch picken und alles ja sieht man den holz zum holz machen hat ein immer genutzt man wirtschaft haben wir da auch nicht mehr viele wie viele bauern gibt es bei uns noch eigentlich 3 2 2 kann ja so halb neben mehr werden ich wundere mich auch immer wie ich mich von dem leben kann dann mit der alten gefährte da herumtuckern ja das wäre ja 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 zdf vor der achse mit allrad auch ist halt bei uns fast muss man sagen üblich der allrad ne bei uns ist ja doch relativ bergig haben halt fast alle traktoren allrad ne das war eine seite auch ein bisschen schauen ja sieht doch nicht schlecht aus ne ja hören wir mal ob der schlüssel steckt ja 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 stehlen nun wieder auf die hören er noch nicht ums ne ja 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 drüben geht er schon besitzer er hat schon schön ja schon schön ich gehe mal vorne zu ihm schau dass ich gerade meinen traktor hier mal vor reden einmal mit ihm um ein preis vielleicht gibt dann meier günstigen vielleicht noch ein freundschaftsfreund ja ich gehe mal vor dann sind wir uns gleich wieder wenn wir den preis besprochen haben so es ist schon weh in der geldbörse aber ja jetzt mit ihm gesprochen und ja 5.000 doch ich ihn jetzt hab ja jetzt müssen wir mal einen anderen tag vor allem fahren weil wir beide gleichzeitig fahren das geht leider nicht das wäre jetzt wenn man mit zwei drei und gleichzeitig fahren könnte man jetzt das wäre schön ja ja schon sagte er hat mit dem holz auf er hat immer holz gemacht für sein herzen aber jetzt wird auch schon eltern dann auch nicht mehr alles machen und dann schauen wir wieder her und holen uns den traktor ab da ist schon wieder dreckig wasch man gleich ein bisserl den traktor oder stellen wir ihn zum waschplatz einfach hin nochmal und dann schauen wir ihn schon ein bisserl runter waschen aber ich glaube nur in den in grober nur weil der traktor ist eh nicht so dreckig wasch man sagt oder gut die reifen sind ein bisserl dreckig dann laufen wir ihn dann ein bisserl runter in groben dreck dass nicht die halle nachher dreckig ist ja passt schon war noch ein bisserl ja passt schon kann man eigentlich gleich einparken noch das wäreg wo w w auf auf w Egal eingepackt noch. So. Ein Stückchen vor. Perfekt. Dazu. Ja, dann würde ich mal sagen, hol ich mal das Geld aus dem Haus und dann machen wir einen kleinen Spaziergang. Na ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann dort und bin, weil ich glaube, ich wollte mich jetzt nicht da nur hinlaufen sehen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Hm, er hat ihn sogar schon rausgestellt. das hat er sich nicht nehmen lassen noch eine runde mit ihm fahren das hat er sich nicht nehmen lassen das schon schöner schlepper da schmeißen wir uns rein bringt sofort dann kannst nichts sagen läuft einwandfrei auch von der matur und alles schon bekannt bei uns auch nicht anders erkennt man sich schon aus so haben wir noch einen traktor mehr am hof naja fällt man gleich da rein sollte vielleicht ein bisschen zurückfahren dass ich das Tor aufmachen kann mit dem können wir nachher zählen Gülle rausbringen Mist sollte eigentlich auch schaffen in Miststreuer aber das kann man auch mit dem Großen machen da brauchst du ja eigentlich einen nicht ne nicht wirklich aber zum Beispiel für das Seten kann man nehmen dann hängt am Großen gleich der Schwader am GD gleich das Mähwerk da braucht man nicht die ganze Zeit umhängen die hat sich schon schon gut aber ja so jetzt eine neue Heimat ja ich würde sagen was soll so eine kurze video gewesen sein wenn es euch gefallen hat lasst keinen like dauernd an und ciao